moin leute herzlich willkommen zu einer neuen folge micha ist nicht da der ist leider heute krank geworden muss ich noch eine so eine so eine ding schreiben so eine unterlage ich weiß aber nicht wie es heißt ach doch der micha ist doch wieder gesund und es ging aber schnell herzlich willkommen wenn es euch gefällt lasst ein like und ein abo machen red die noobs alle fertig was sagt er gleich wieder wo ist denn dein spruch damit hier wurde sagt dass hier gesagt habe ich mache doch alle mit fertig junge Ach du Sch... Camperin, also nicht... Sie can... Ja, hoffentlich hast du keine Clips gemacht, Micha. Doch. Hä, ach so, ich dachte, das war... Ne, das sind nicht die... Ja, ich will keinen Kommentar zugeben. Ich dachte, ich überlebe es. Anscheinend nicht. Freunde, wir werden auch dann Eurotrug aufnehmen. Wie ich dann ordentlich fahre, wie besorgt es den kleinen Micha. Hm. Und ja. Willst du auch noch einen Senf dazugeben, Micha? Sie sind nicht wundern, Micha und ich sind wieder... Und ich spreche Partner. Mal gucken, ob er auch online gemacht hat, bei Minecraft glaube ich noch nicht. Ich habe vergessen, mich zu bedanken. Ich habe einen Mülleimer hier draußen stehen. Hehehe. Ich habe einen Joghurt hier. So ein Joghurt-Dings. Von Nussred. Freunde, jetzt würde ich mich bekennen alle die Nuss. Wenn ich das nicht schaffe, müsste ich einen Like abgeben. Wenn ich das nicht schaffe, müsste ich einen Abo abgeben. Ohne Sniper. Ne, ist doch kein... Ne, ist keiner Sniper. Ab in den Einkaufswagen. Ab in den Einkaufswagen. Ab in den Einkaufswagen. Ähm... Ach komm, das hasse ich den Tanz hier, Freunde. Das, was ich rede. Diesen Tanz. Was... Was nur eine 2? Achso. Ja, leider. Der Pistil bringt mir ja überhaupt gar nichts. sicht ob es genommen eier gelöst was ich jetzt immer sage naja mich auch nicht sind heute haben uns wieder verstanden hoffentlich ist jetzt so ich weiß du warst immer böse nächste woche kommt dann auch noch mal ein update bei fortnite mehr ganze sachen und sie wieder also das heißt jeden tag fortnite spielen aufnehmen kann ich ja sechs stunden dann spiel in der fortnight stunden einfach acht stunden aufnahmen und hochladen was wie viel wetten wir um feuchten ende druck oder was ja doch habe ich habe nur vergessen das bild zu schicken weil meine katze das bild gefressen hatte doch muss mir mal glauben ich lüge ja nie ich werde dich doch nie ich werde dich nie anbilden was hat dir das gebracht mit einer sniper zu treffen ja nix ja dann getanzt ist das fand ich nur oh ich muss ja also der tanz ich hätte ihm gerne geholfen aber er wollte ja nicht ich mache ich machen da jetzt häufig in der 4 oder eine 6 6 6 6 6 6 6 6 8 4 so wie freunde solche mundwerke kommen mir heute nicht nach hoffentlich Zwinker, Zwinker. Was mit, naja. Ersnarben. Ha, da sagt der Richtige mit dir. Erdbeer. Ich sehe schon, PC macht nicht mehr mit. Eine gute Möhre. Nein, meine Möhre gibt's dann auf. Achso, das geht. Schade, ich kann nicht mehr treffen. PC sagt nein. Sehr witzig, Klaus. Ich hab so Hunger gerade. Ich hab heute gar nichts gegessen. Muss ich jetzt mal ehrlich sein. Mein Bauch knurrt schon. Hat schon Hunger auf leckere Klöße. Ja. Muss der herkommen. Ah ja. Schön die Futter-Look aufmachen. Tof, du. Warum haben sie das Gold hier entfernt, Freunde? Kann mich jemand aufklären? Was? Ich weiß, was die Tankstelle kann ja hochgehen. Ups. Ups. Hoppala. Na, leider. Echt traurig. Na, es gibt ja kein Gold mehr. Sonst wird es ja mein Gold-Symbol unten sehen. Freunde, wer hat Bock mit mir zu tanzen? Und jetzt tanze ich selber noch mit. Ach komm, leck dich. Ah. Ja, jetzt sah ich auch noch. Ich hab doch gesagt, es kommt nicht mehr aus meinem Mund. Ja, ich hab Pust ja mitgemacht. Pust? Aha. Klaus, ich hab ja so mein PC eingestellt, dass er Wärme und Kühl bekommt. Also wenn er über 60, 70 Grad ist, dann wird er ein bisschen lauter. Wenn er unter dem Bereich, dann ist er auch schön ruhig. Aber Michael hat ja schon mal mein PC gehört. Schön laut war. Also nicht schön. Das ging ja. Stimmt's, Micha? Mhm. Na, hab ich ja nicht. Freunde, wisst ihr, was ich mir bald kaufen werde? Eine Playstation 5. Wenn jetzt welche Fragen sollten, aus welchem Geld? Ratet mal Freunde aus. Spiele käme sein Geld. Da kann ich mal eine Shoppen-Tour machen. Besser Shoppen-Tour oder Shop-Tag machen. Also wo ich einen Tag nur shoppe. Ui, den lieb Micha. Kann ich ja gleich für den Lündeln kaufen, für den Micha. Oder Witze keine? Oder hast du noch welche? Danke für die Antwort. Hast welche? Nein, hast nicht welche. Ich, ja. Daran ist doch wer, Freunde. Bin ich jetzt nicht blöd, oder was? Kann mich jemand aufklären, ob ich blöd bin oder nicht? Ich weiß nur, dass mein Bau nur Hunger hat. Scheiße! Oh! Ich hab ihn! Ah, das knapp kann man jemanden klitten. Hm. Micha, du bist doch der Clip-Meister. Meister. Ah, wie soll ich das sonst machen, hallo? Warte, jetzt brauch ich... Jetzt müsstest du eine 6 kommen. Ja, endlich mal eine 6. Ach, der Raketenball habe ich. Ein Böller. Ein Böller. Ja. Und ich hab jemanden gekillt, mit Raketenwerfer. Ah! Raketenwerfer wird meine Lieblingswaffe. Fortnite ist entführend endlich. Haben wir uns verstanden. Sonst gibt's Krieg. Wie bei Minecraft. Und der Minecraft-YouTuber-Insel. Oh, ich hätte beinahe selber auf mich abgeknallt. Jetzt kann ich abknallen. Was? Na, wenn... Wenn man 8 YouTubern hat. Oder 8 Kollegen. Als YouTuber sind. Gibt's doch meist auch mal Krieger hier. Einmal will sowas. Einmal will das. Jenes. Ananas. Quark. Ja. Und dann gibt's halt hier eben Krieghalte. Hm. Am besten denkst du jetzt auch schon wieder. Okay. Freunde, wer will mit mir fahren? Clubmaster. Heißt doch so. Oder heißt das anders. Oder heißt das anders. Die Aufnahme geht schon 15 Minuten. Ja. Wird heute doch wohl eine Stunde Folge werden. Ja. Stimmt. Ja. 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 Ja, ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn und er hat mich! Ein Kühl! Ein Staub! Junge, das muss Michael wirklich jetzt einen Clip machen davon. Junge, ich kill ihn und der killt mich. Ja, hatten wir auch schon mal irgendwo gehabt in der Folge. Boah ey, da nehm ich nichts! Clip erstellen! Boah ey, jetzt hab ich's gemacht. Ich hab die Medaille nicht offen und nicht mal einen Update gemacht. Mach ich dann nachher in der Vortenrunde. Und auch jetzt sie zu kommen. Freunde, wollt ihr mich arschen? Ich kill ihn und er mich. Warum zählt das? Hätte einer überleben können? Das ist meine Knache. Achso, hab ich das doch noch nicht erzählt. Wir zwei hatten da einen Wandertag, da konnte ich mir eine Knache kaufen. Aber ich hab eben einen Ausweis. Hab ich auch vorgezeigt. Für mein Zuhause, dass ich abknallen kann. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht selber kille. Ne, echt, was sind das? Ist doch wahr. Doch. Habe ich sogar Waffenschein. Soll ich's denn mit davon schicken? Freunde, ich bin der beste Fortnite-Spieler. Ne, war grad gelogen. Ich weiß. Aber ich, dafür habe ich ihn gekriegt. Oh nein, nicht schon wieder. Ja. Leck mich doch am Arsch. Ja. Also, unfair. Er hat eine Knache und ich nicht. Aber Freunde, das war's jetzt. Für dieses Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis dann. 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 Vielen Dank.